Ja, dass es natürlich sicherlich eine gute Mannschaft ist, aber das war natürlich klar in dem Wettbewerb, dass wir jetzt im Achtelfinale auf jeden Fall eine gute Mannschaft treffen werden. Aber gleichzeitig auch, dass wir gute Möglichkeiten haben, wenn wir an unsere Top-Leistungen kommen, dann auch weiterzukommen. Das ist auch letztendlich unser Ziel. Wir haben natürlich sehr viel individuelle Qualität, das muss man sagen, und haben natürlich auch Erfahrung. Und funktionieren als Mannschaft auch sehr, sehr gut. Das muss man dieses Jahr wirklich so sagen. Er ist eine der besten italienischen Mannschaften und sehr, sehr stabil. Und von daher ist es schon eine schwere Aufgabe, aber wie gesagt, unsere Zielsetzung bleibt weiterhin das Viertelfinale.